Herzlich willkommen! Heute erzähle ich dir etwas über die zehn gesündesten Lebensmittel, die es gibt in der integrativen Ernährung. Und bevor ich loslege und dir die zehn Top-Lebensmittel vorstelle, ganz wichtig, Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen, ist immer ein bisschen problematisch. Also ich sage immer, Lebensmittel sind Mittel zum Leben und alle haben in der Regel gute Eigenschaften. Aber es gibt ein zu viel von manchen Lebensmitteln oder auch ein zu wenig und deswegen ist wichtig, dass wir uns so die Top 10 heute anschauen. Wenn du die regelmäßig in deine Ernährung einbaust, dann kannst du sicher sein, dass du deine Gesundheit stärkst, deine Vitalität erhöhst und dass es dir richtig gut geht. Die integrative Ernährung setzt ja sehr auf das traditionelle Wissen der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Und da betrachten wir Lebensmittel aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und das werde ich ein bisschen einfließen lassen in die Vorstellung der Top 10 gesündesten Lebensmittel. Ja, dann fangen wir am besten an. Welches habe ich dir als erstes mitgebracht? Ganz wichtig, am besten in der täglichen Ernährung, sind grüne Gemüse, vor allem Blattgemüse. Ob das Salate sind wie Rucola, Vogelsalat, Feldsalat oder auch Spinat, Mangold. All diese grünen Blattgemüse haben nämlich einen riesengroßen Vorteil. Sie enthalten keine Stärke und das bedeutet, sie haben auch keinen Zucker. Dafür liefern sie dir aber ganz viel wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Und in der chinesischen Medizin sagen wir, grün liefert auch Substanzen, die den Blutaufbau fördern. Und in der Ernährungswissenschaft wissen wir, grüne Gemüse enthalten Chlorophyll. Und Chlorophyll ist ganz, ganz wichtig für unsere roten Blutkörperchen, dass der Sauerstoff besser transportiert werden kann. Das heißt, grüne Gemüse sorgen dafür, dass dein Blut gut genährt ist, dass der Sauerstoff gut transportiert wird. Das ist vor allem für das Gehirn auch ganz wichtig, dass du gut denken kannst, dass du wach bist, dass es dir gut geht. Also am besten täglich ein bis zwei Handvoll grüne Gemüse in deine Ernährung einbauen. Das ist schon fast ein sogenanntes Superfood. Ja, was habe ich dir als nächstes mitgebracht? Wieder ein Gemüse, und zwar die Wurzelgemüse. Du kennst sicher unterschiedliche Knollen, ob das jetzt Sellerie ist, Pastinaken, Petersilwurzel, Rettich, Radieschen, aber auch rote Rüben, rote Beete, Karotten, Möhren, die verschiedenen Rüben. All diese Gemüse stärken aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin sehr unsere Mitte. Und mit unserer Mitte gemeint sind unsere Verdauungsorgane. Warum stärken sie da so gut? Erstens, weil sie so einen süßlichen Geschmack haben. Dieser süßliche Geschmack, der kommt zwar von den enthaltenen Kohlenhydraten, von der Stärke, aber Gemüse bedeutet, da ist auch immer sehr viel Wasser dabei, sehr viel Ballaststoffe. Also diese Wurzelgemüse kannst du guten Gewissens zu dir nehmen. Das sind sogenannte gute Kohlenhydrate. Und je nach der Farbe, ob rote Rüben oder gelbe Möhren oder Karotten, liefern diese Wurzelgemüse auch sehr, sehr viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie zum Beispiel Karotinoide, die auch die Vorstufe von Vitamin A sind. Oder die roten Rüben, die rote Beete liefert ganz, ganz viel Folsäure, was für die Zellerneuerung wichtig ist. Bei uns in Österreich sagt man, rote Rüben, rote Beete glätten falten. Und das ist so ein Hinweis auf die Folsäure, dass sich die Zellen gut erneuern. Also Wurzelgemüse sollten auch regelmäßig auf deinem Speiseplan vorkommen. Und vor allem so Wurzeln oder Knollengemüse wie Rettich oder Radieschen, die so diese Scharfstoffe beinhalten, das bewegt gut das Qi. Das bringt ein bisschen Bewegung in deinen Stoffwechsel. Und ich liebe zum Beispiel falsche Bratkartoffeln, die aus Rettich gemacht sind. Einfach Rettich so in Scheiben schneiden, wie du normalerweise Kartoffeln schneidest. Also Rettich kannst du wunderbar als Ersatz für Kartoffeln hernehmen, mit Zwiebeln anbraten, mit Kurkuma ein bisschen einfärben. Schaut aus wie Bratkartoffeln, schmeckt wie Bratkartoffeln und ist sehr, sehr gesund, weil weniger Stärke, sprich weniger Zucker und diese Scharfstoffe vom Rettich sind sehr, sehr gut für unsere Verdauungsorgane. Ja, nach den Gemüsen geht es jetzt einmal zum Obst. Obst ist sehr gesund, ist so die landläufige Meinung. Ja, ist das wirklich so? Obst ist inzwischen ein bisschen ins Gerede gekommen, weil Obst auch sehr viel Zucker und vor allem Fruchtzucker, Fructose enthält. Jeder Fünfte in unserem Breiten ist inzwischen intolerant gegen Fructose. Das heißt, es gibt von zu viel Fructose Verdauungsstörungen. Und ich habe auch einmal ein extra Video gemacht zum Thema Lebergesundheit. Der Fruchtzucker ist leider auch für die Leber nicht so ideal, aber Beeren kannst du guten Gewissens zu dir nehmen. Die Beeren haben den Vorteil, dass sie kräftige Farben haben. Sie sind lila, sie sind rot, sie sind ja so fast ein bisschen dunkelpink. Und das bedeutet, die Beeren enthalten ganz viele Farbstoffe, sogenannte Flavonoide. Und diese Flavonoide gehören zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die sehr, sehr wertvoll sind. Wir wissen, die hemmen Zellen, die entarten, also vor Krebswachstum zum Beispiel. Und diese kräftige Farbe, diese Farbstoffe, sagt man in der chinesischen Medizin auch wieder, rot bildet Blut. Also wenn du Kompotte, wie zum Beispiel rote Grütze, aus roten Früchten zu dir nimmst, dann nährt es deine Körpersäfte extrem gut. Also auch da finden wir dann wieder Folsäure, Vitamine, Mineralstoffe. Und sie schmecken auch köstlich. Also eine kleine Portion Beeren, am besten täglich, ist ein wunderbares Obst. Und im Vergleich zu den anderen Obstsorten enthalten Beeren wesentlich weniger Fruchtzucker und sind auch für Fructoseintolerante sehr, sehr gut verträglich. Ja, nach den Beeren habe ich die Kräuter und Gewürze aufgelistet. Kräuter und Gewürze könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, aber ich möchte ein paar herausheben, wie zum Beispiel Ingwer, Kurkuma, Zimt. Das sind drei Gewürze, wo es schon ganz viele Studien gibt und wo die gesundheitliche Wirkung wirklich bewiesen ist. Also Kurkuma ist extrem gut für die Stoffwechselaktivität der Leber. Auch der Gallenfluss wird angeregt durch die Bitterstoffe und Kurkuma ist wirklich ein Heilgewürz. Deswegen ist es auch immer Bestandteil von klassischen Curry-Mischungen. Der Ingwer wärmt ganz wunderbar. Der hilft, wenn eine Erkältung im Anmarsch ist. Und bei Zimt wissen wir aus diversen Studien, dass Zimt wirklich gut helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und zu den Kräutern und Gewürzen zähle ich auch Zwiebel und Knoblauch dazu und die ganze Fülle an grünen Kräutern. Ob Dille, Rosmarin, Thymian, Majoran, Basilikum. Kräuter liefern extrem viele Vitamine und Mineralstoffe und vor allem, wenn du gekochtes Essen zu dir nimmst, ist das so der frische Kick, der noch eine extra Portion Vitamine und Mineralstoffe in dein Essen bringt. Also wähle dir Gewürze, Kräuter nach Lust und Laune aus und verwende sie regelmäßig. Ja, dann sind wir schon bei Nummer 5. Da habe ich dir die Getreide mitgebracht und dazu gehören auch die Pseudogetreide. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, in Zeiten, wo alle über Low Carb sprechen, Kohlenhydrate, die böse sind, ist es wirklich noch zeitgemäß, Getreide zu essen? Ich sage ein ganz, ganz großes Ja. Warum? Getreide ist seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein Grundnahrungsmittel für uns und wir haben aber ein bisschen verlernt, Getreide in der natürlichen Form zu uns zu nehmen. Also was meine ich jetzt mit Getreide? Das kann Reis sein, das ist Hafer, Haferflocken, Buchweizen. Auch die Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa sind sehr, sehr wertvoll. Und der Vorteil ist, wenn du die Getreide in natürlicher Form verwendest, dann kochst du sie in der Regel im Verhältnis 1 zu 2. Das heißt, du nimmst eine Tasse Getreide und zwei Tassen Wasser. Und wenn du das kochst, bedeutet das schon, dass die Getreide quälen mit Wasser auf. Und das ist dann ein Lebensmittel, das wesentlich niedriger kalorisch ist, also weniger Kalorien liefert, als wenn du zum Beispiel Brot oder Gebäck zu dir nimmst. Weil Wasser, wie viele Kalorien hat Wasser? Keine. Das heißt, Getreide, das wirklich in Wasser gekocht ist, quillt auf, füllt gut den Magen, der süßliche Geschmack nährt dich sehr, sehr gut, aber es liefert weniger Kalorien, als wenn du Brot, Gebäck, Kekse, Soletti, Salzstangen und solche Sachen zu dir nimmst. Also frisch gekochtes Getreide, eine kleine Portion bei deinem Mittag- oder Abendessen oder auch fürs Frühstück als Porridge, ist ein wunderbarer Nährstoffspender. Wir haben die Ballaststoffe und in der chinesischen Medizin, die ja Bestandteil der integrativen Ernährung ist, nutzen wir auch die Heilwirkung von Getreide. Da gibt es auch extra Videos von mir zu Hafer, zu Gerste, wo ich dir noch ein bisschen genauer erzähle, wie du die Getreide auch einsetzen kannst, um einen therapeutischen Nutzen zu haben. Dann kommen wir schon in unsere zweite Hälfte. Nummer sechs, Samen, Kerne, Nüsse. Das sind ganz wunderbare Kraftpakete, die auch idealerweise täglich ein Bestandteil deines Essens sind. Schauen wir uns vielleicht einmal an, was ist so der Unterschied zwischen Samen, Kerne und Nüsse. Nüsse sind so die größeren Samen. Damit meine ich Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln oder auch Macadamia oder Bekan-Nüsse. Die sind reich an diesen pflanzlichen Fettsäuren. Das heißt, Nüsse liefern dir Fette, liefern dir Eiweiß und ganz, ganz wenig Kohlenhydrate. Das heißt, sie sättigen sehr, sehr gut und sie können zum Beispiel dein Frühstück ein bisschen aufpeppen, dass wenn du ein Porridge isst, dass die Sättigung ein bisschen verbessert wird, weil auch Eiweiß und Fette drinnen sind. Samen sind dann eher die kleinen Körnchen. Da gibt es die Chia-Samen, die Leinsamen, auch die Sonnenblumenkerne, die Kürbiskerne. Die sind jetzt nicht so gut geeignet, dass du sie so einfach von der Hand isst, aber die sind wunderbar zum Mitkochen. Ich liebe zum Beispiel Gemüsesuppen, die mit Sonnenblumenkernen püriert werden, damit die Suppen ein bisschen sämiger sind und nahrhafter sind. Vor allem bei vegetarischer Ernährung ist es eine wunderbare Eiweißquelle. Kürbiskerne liefern mehr Eiweiß als Sonnenblumenkerne und gerade die Leinsamen und die Chia-Samen oder die Hanfsamen liefern wertvolle Omega-3-Fettsäure. Über die werden wir separat auch noch ein bisschen sprechen. Mein persönlicher Favorit sind Hanfsamen. Die wachsen bei uns sehr gut. Chia-Samen kommen meistens von ein bisschen weiter her, aber Hanfsamen sind ein wunderbarer Ersatz für Sesam und eignen sich hervorragend für Pestos zum Beispiel oder zum Drüberstreuen bei Joghurt mit Obst oder auch beim Frühstücksbrei. Nummer sieben habe ich dir mitgebracht, die Hülsenfrüchte. Die sind ähnlich wie die Nüsse und Samen richtige Kraftpakete. Das sind ja kleine getrocknete Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Munkbohnen, Azuckebohnen. In der integrativen Ernährung haben wir auch wieder verschiedene therapeutische Wirkungen. Also vor allem die Azuckebohnen und die Munkbohnen, das sind so die kleineren. Die sind sehr, sehr gut bei Übergewicht, weil sie helfen Verschlackungen abzubauen, Schleim und Feuchtigkeit auszuleiten und sie sind auch bekömmlicher als die großen Bohnen. Und dann gibt es zum Beispiel die Kidney Beans, die Nierenbohnen. Das sagen wir in der chinesischen Medizin, die sind sehr, sehr gut, um unsere Nierenenergie zu stärken. Und das tut uns gut. Der Alltag ist anstrengend, wir haben Stress, wir haben viele Termine und in der Niere ist ja so unser Lebensfeuer, unsere Lebenskraft gespeichert. Und die sollten wir regelmäßig stärken mit Hülsenfrüchten. Außerdem liefern Hülsenfrüchte wertvolles pflanzliches Eiweiß. Und sie sind eine wunderbare Kombination Eiweiß und Kohlenhydrate. Da haben wir auch wieder die Kohlenhydrate, die langsam verfügbar sind. Das heißt, die den Blutzucker gut stabilisieren, die die Sättigung fördern. Und so ein Gemüseeintopf mit Kichererbsen deckt alles ab, was wir brauchen. Und das ist wunderbar gesund und schmeckt auch gut. Und vor allem, wenn du eine gute Query-Mischung dabei hast. Ja, dann sind wir schon bei Nummer 8 meiner Top-Lebensmittel für die Gesundheit. Das ist ein neuer Trend, der zum Glück wieder mehr aufersteht. Viele machen das auch im Do-it-yourself-Verfahren wieder selbst. Es ist auch überhaupt keine Hexerei. Fermentierte Lebensmittel. Fermentieren ist das sogenannte kalte Kochen, wo über die Milchsäurebakterien das Lebensmittel veredelt wird. Also wenn du Sauerkraut machst oder Kimchi, Kinakohl, der eingelegt wird mit ein paar Gewürzen, dann kommen aus der Luft die Milchsäurebakterien und die machen die Arbeit beim kalten Kochen. Und was ist konkret die Arbeit? Die schließen die Ballaststoffe auf. Das heißt, das Kraut wird leichter verdaulich, weil die Ballaststoffe ein bisschen anverdaut werden. Und die Milchsäurebakterien durch die Salzlage, die sind sehr, sehr wertvoll für unsere Verdauungsorgane. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Darmflora, das Mikrobiom, gute Unterstützung bekommt von Darmbakterien, die wichtig sind für unsere Darmschleimhaut. Also Darmgesundheit ist ja ein wichtiges Stichwort. Da habe ich auch schon ein paar Videos extra dazu gemacht. Und mit fermentierten Lebensmitteln, einen Finger voll Sauerkraut nach dem Essen oder milchsauer eingelegte Gemüsemischungen, da kannst du dir wirklich sehr, sehr Gutes tun. Es schmeckt fein. Und falls du einen Garten hast, kannst du in der Erntezeit, wenn mehr Gemüse reif ist, das auch wunderbar haltbar machen, weil das hält über Wochen und Monate und ist ganz, ganz einfach zuzubereiten, wenn man weiß, wie es geht. Ja, dann sind wir bei den Fetten und Ölen. Fette und Öle ist ganz, ganz wichtig, dass wir die richtigen Öle und Fette zu uns nehmen. Das, was in verarbeiteten Produkten drinnen ist, sind meistens gehärtete Fette. Gehärtete, raffinierte Fette haben leider viele Nachteile. Die machen unsere Zellen porös, sie füllen unseren Körper oft auch mit Schadstoffen, weil wenn die Quelle der Fette und Öle nicht bio ist, dann ist das Fettgewebe bei den Tieren leider auch der Speicher, wo die Giftstoffe, die Umweltgifte, die Antibiotika-Rückstände, die Pestizide abgelagert werden. Also ich empfehle dir wirklich bei Fetten und Ölen, achte auf die Qualität, kauf dir ein gutes Bioöl, ein unraffiniertes und achte auf die Herkunft und auf die Qualität. Und was bei den Fetten und Ölen ganz wichtig ist, ist, wir brauchen mehr von den Omega-3-Fetten. Omega-3 gibt es einerseits in Fischen, aber auch aus pflanzlichen Lebensmitteln. Leinöl, Hanföl oder Chiasamenöl. Das sind extrem gute Quellen für Omega-3. Warum ist das Omega-3 für uns so wichtig? Es sorgt dafür, dass Entzündungsprozesse im Körper reduziert werden. Entzündungsprozesse im Körper haben wir ganz häufig, wenn wir Arrheuma, Arthrose, Arthritis oder so diese chronischen Entzündungsprozesse, die oft auch bei Übergewicht da sind. Und mit guten Ölen können wir da gegensteuern. Und wenn wir gute Öle zu uns nehmen, ist gar nicht mehr so viel Platz für die gehärteten Fette, für die schlechten Fette. Also Omega-3 aus Hanf, aus Leinsamen, sollte täglich ein Löffel auf deinem Speiseplan stehen und dann nutzt die Vielfalt an Pflanzenölen. Ob das Olivenöl ist, Kürbiskernöl, Walnussöl, Traumkernöl. Such dir auch vom Genuss- und Geschmackaspekt aus, was du gerne möchtest und reduziere auf vielleicht nur ein Löffel pro Tag die sogenannten gesättigten Fette. Da gehören dann Butter dazu oder Kokosfett oder auch Palmfett. Also Butter wäre ideal Bio-Butter. Wenn die Kühe nämlich Gräser und Kräuter auf der Wiese fressen, dann hat die Butter auch einen höheren Omega-3-Anteil. Und Kokosfett wäre wichtig, dieses Wirgen-Kokosfett, also dieses Unverarbeitete, dass das nicht hydriert und nicht desodoriert ist. Also das ist auch wieder das von der höheren Qualität. Und wenn du den Kokosgeschmack magst, das gehört zu den gesättigten Fetten, in kleiner Menge ist das hin und wieder ohne weiteres okay. Ja und als letztes, du hast dich vielleicht schon gewundert, wie ist das jetzt mit Fleisch und Fisch? Ja, ich gebe Fisch und Fleisch zu den gesündesten Lebensmitteln dazu. Warum? Weil Fisch und Fleisch wertvolles Eiweiß liefern. Ich arbeite in der integrativen Ernährung mit den Stoffwechseltypen. Und da gibt es Menschen, die sind sogenannte Eiweißtypen, die vertragen Aminosäuren, Eiweiß aus tierischen Produkten wirklich sehr, sehr gut. Das sind auch die, die sich oft mit vegetarischer und veganer Ernährung schwer tun. In vegetarischer oder veganer Ernährung haben wir die Hülsenfrüchte, die Nüsse und Samen. Aber manche reagieren darauf mit Blähungen, mit Darmbeschwerden oder sogar mit Allergien, zum Beispiel aus Soja. Und Fleisch und Fisch ist dann eine sehr, sehr gute Alternative. Besonders Fisch ist sehr leicht verdauliches Eiweiß. Aber auch da haben wir wieder ein bisschen ein Problem mit der Qualität. Und ich empfehle, auf heimischen Fisch auszuweichen. Was viele nicht wissen, in Österreich haben wir zum Beispiel 78 Fischsorten, die kaum mehr bekannt sind. Ob das der Wels ist, der Zander, die Forelle, Regenbogenforellen, der Karpfen. Also wir haben wirklich viele heimische Fische. Und die heimischen Fischproduzenten freuen sich auch, wenn wir ihnen die abkaufen. Und ich persönlich koche sehr, sehr gerne mit Wels, auch mit Karpfen. Das sind ganz wunderbare Fische. Der Karpfen ist überhaupt genial, weil der sich auch von Mikroplankton und von den Lebewesen im Wasser ernährt. Der braucht jetzt auch nicht dieses aufkonzentrierte Fischmehlfutter. Also der Karpfen ist auch sehr ökologisch, wenn wir ihn zu uns nehmen. Und ich habe hier auch aufgeschrieben, Fleisch von Weidetieren. Ich persönlich habe den Luxus, dass eine Freundin von mir Jägerin ist. Und ich bekomme immer wieder Reh, Hirsch oder Wildschwein. Das ist ähnlich wie bei anderen Lebensmitteln. Es ist immer die Frage, wie wurde auch das Tier ernährt? Und so ist dann auch die Qualität vom Fleisch. In der konventionellen Tierhaltung werden leider Soja und Getreide als Tierfutter eingesetzt. Und Kühe fressen normalerweise Gras. Das heißt, denen tut das überhaupt nicht gut, wenn sie mit Soja und Getreide gefüttert werden. Und die Fleischqualität ist zwar schnell gewachsen und hat natürlich von der Analyse her Nährwerte. Aber wenn man genau hinschaut, bei Weidetieren, bei Wild, wenn die Kräuter fressen, wenn die Kastanien im Wald fressen, dann ist die Zusammensetzung vom Fleisch ganz, ganz anders. Wir haben dann Omega-3-Fettsäuren, sie sind magerer, sie sind nicht so fett. Also da würde ich auch Bio- oder Wild- oder heimische Fische aus ökologischer Fischzucht empfehlen. Ja, das waren meine Top 10 gesündesten Lebensmittel. Du siehst, wenn du die nutzt, kannst du dich sehr, sehr abwechslungsreich ernähren. Sowohl vegetarisch-vegan als auch als Mischkost. Teil das Video gerne, leite es weiter und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.